Oh, Hamilton hat ran. Ja. Alter, bumpst du dem hier rüber? Wow, Alter, bumpst du mich vorwärts? Nein, leider nicht gewesen. Die Kurve nur 20% gelenkt. Ey! Oh, Alter! Ich hänge gar nicht an der Fall. Hast du das gesehen? Ich war noch dabei. Was ist das denn? Ey, was ist das denn? Das ist doch nicht der nächste Gegend schon wiedergekehrt. Du rutschst doch voll, du bist nicht hingeschoben. Ich mach gerade Überschlag. Ich bin raus. Nein, was war das denn?